Pretty much the biggest stunt in cinema history. Tom Cruise just rode a motorcycle off a cliff six times today. Was? Er hat es sechsmal an dem Tag gemacht. Mit meiner Mom! Oh mein Gott, ich hab deine Mutter jetzt gegen meine eigene Mom gemacht. Ach du heilige Scheiße, nimm das zurück. Äh, kippt es nicht. Was zum Fick.